Ja, da kommen wohl Leute. Wer zur Hölle ist das? Was macht die denn da? Hm. Selina, sie könnten sie dazu gezwungen haben. Nichts was du willst, ich bin fertig. Du kannst raus, Batman. Ich weiß, dass du hier bist. Nein, keine Ahnung, ich habe ihn nicht hier gebracht. Ich zeigte unsere Behandlung. Oh, ich weiß, dass du. Aber jetzt, du bist eine Leuse-End? Zurück! Unless du, wenn du zuerst sehen kannst, was eine kritische Dose sieht. Sie hat mit der Ester Cobble-Bot gewonnen. Die Tod ist möglich. Ich gebe mich. Ich gebe mich. Ich gebe mich. Ich gebe mich. Und lass sie weg. Oh, schau mal. Ich bin nicht so ein Kind. Ich bin nicht so ein Kind. Train ist bereit! Move auf! Oh, ich finde die Action-Sequenz. Wir müssen den Zug aufhalten. Und wer zu Hölle bist du? Oh, f***! Du redest so viel. Wow. Hey. Ich hab Q gedrückt. Boah, scheiße ist der gut. Ist das Rasa Al Ghul? Ich glaube kaum, dass es Rasa Al Ghul ist, aber... Ich hab keine Ahnung, Scarecrow ist es eigentlich nicht, der hat nicht so einen Stab. Ich hab noch nie meine... meines Geschichtsstark ab. Upsi! Diese Bahn fährt nirgends wohin. Oh! Woah. Hm. Hang in there. Don't pass out on me. Wer zur Hölle ist? Der Typ. Und der halt immer noch. Ich sollte... nachher... Oh, shut up. Ich werde dich irgendwo sicher holen. Bleib mit mir. Okay. Erstmal gerettet. Selina Sabatman, 23.58 Uhr. Ich weiß. Komm schon. Ich muss wieder da rausgehen. Ich muss wieder da rausgehen. Ich bin gut. Ich muss nur wieder rauskommen. Das könnte auf deinem Butler funktionieren, aber ich kaufe das nicht. Bleib da. Du bist hoher dran. Du hast gewonnen, dass du diesen Bezieher hast. Du w лес hast du nicht汙 gemacht, oder? Was? Das ist ein Neid im Garten. Die Anzeigungen der Autob pansen. Der Zeitlinge alleine. Sie sind zu deinen Rettung. Verschleifelte mich, Bruce. Ich bin nicht invincible. Und die davend kämpfler sind nicht so. das Problem lösen. Du würdest sie nicht auf deinem eigenen Weg nehmen. Dann würde sie dich töten. Es ist nicht so schlecht. Ich habe durch die Schmerzen gefahren. Schöne. Einen Schmerzen, dann wird sie nach Hause in eine Körperkette gebracht. Ich glaube nicht, dass du mit einer Schulter so weit bist. Ja, großartig. Du kannst hier bis morgen bleiben. Nicht, dass ich dir nichts bezahle. Nach der Debatte würde ich sagen, dass wir noch nicht. Selina. Es ist okay. Du kannst die Kälte bis morgen. Dann bin ich fertig, euch zu bezahlen. Es ist wahrscheinlich besser, dass du jetzt zu liegen. Ich will nicht die Kinder von Arkham finden, diesen Ort zu finden. Ich hatte es, du kennst. Mit ihrem Liedern. Ich hatte einen Plan. Ich wusste nicht, dass du dort sein würdest. Ich wusste nicht, dass du dort sein würdest. Ich war da, die Kinder von Arkham zu schrauben. Ich hatte keine Ahnung, dass du da bist. Es müsste ziemlich die Überraschung sein. Ja. Ja, es war. Das wäre mein Ticket hier raus. Ein letzter Job, um die Schmerzen aus meiner Beine zu bekommen. So viel für das. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. liters, Kleiner. Ich denke, sie mag dich. Oh, das war's. Das war's. Okay, sie wirklich nicht magst du. Ja. 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 Engagradi? Wystar to introduce me to one? Come on Bruce. Even you have your secrets. Those things you hide from the world. And won't let anyone else see. The difference is my secret doesn't hurt anybody. Then you're better than most. You're a good man Bruce. But good men don't lie with thieves. Ich weiß, was ich bin. Kein Nobel Intentions, nur das Freude zu verbrechen, was sie sagen können nicht zu verbrechen. Wissen, dass ich kein Echt, was ich nicht zu verbrechen kann. Kein Fortress, was ich nicht zu verbrechen kann. Probe ich, was ich kann. Das ist nicht alles, was du bist. Ich denke, das ist nur das, was du willst, die Leute zu glauben. Du hast viel Vertrauen in jemanden, der nicht das verdient. Ich habe von Korrupt-Jerks, wie Hill, aber ich habe viel von guten Leuten genommen, auch. Für was? Einige, neue Geräte, in einer schrecklichen Apartment auf der Straße? Ein High ist schön, aber es schreit. Ja. Dann schaust du nachher und siehst du... nichts. Also gehst du da raus, versuchen, das Gefühl zu verbrechen. Aber es ist nichts zu verbrechen. Ich denke, das Ort hat... Charm. Oh, was ist charmer? The leak in der Schrauben, oder die schreckliche Unterweine auf der Straße? Das ist nicht was ich. Hm. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Wollte du das, das laut zu sagen? Jetzt kommt Harvey die Tür rein. Ja. Ach komm, ja. Ja. Ich werde das mit dir tun. Ich werde das mit dir tun. Mit dem Reißverschluss. Ich werde dir helfen. Mit dem Reißverschluss. Ich werde dir helfen. Das ist, was du bestens machst, nicht wahr? Ich werde mich überraschen. Ja, und ich werde mich überraschen. Mit dem Reißverschluss. Mit dem Reißverschluss. Ich werde dir helfen. Es ist die Art, dass du es bestens machst, nicht wahr? Ich werde dich nicht überraschen. Unserify ich dir. Ich werde mich überraschen. Ich werde mich überraschen. Oh, ja. Ja, das glaube ich geht nach hinten los, wenn gleich Harvey Dent sie besucht oder so. Ich habe es im Gefühl, ich spüre. Wirk sie sanft auf. Du begegst es mir, das was. Aber das ist nicht was das. Es ist besser in diesem Weg. Keine Strecke. Es gibt bagels in der Küche, wenn du wütigst. Keine Chance, auf einen Stomach zu gehen. Ich bin froh, Alfred. Ich bin froh, ich bin froh. Ich habe dich nicht gehört. Ich wusste nicht, was passiert ist. Ich bin froh, Alfred. Ich bin froh, ich wollte dich nicht froh. Ich bin froh, ich bin froh, dass du okay bist. Ich habe immer Angst, dass du nicht nach Hause bist, Bruce. Ich weiß, Al. Wo bist du denn? Ich bin, äh, ich bin bei Selina. Oh, das wird sicherlich erklärt. Hast du was zu sagen? Hast du etwas zu sagen, Alfred? Ich bin nicht zufrieden. Es ist so, wie du warst. Ich bin froh. Während du da bist, das wäre eine gute Möglichkeit, um mehr über die Frau Kyle zu lernen. Nach allem, wir wissen wirklich nichts über sie. Schauen Sie, was du findest. Wenn sie glaubt, du vielleicht nicht noch eine Chance hat. Ich glaub, Alfred. Das ist alles, ich muss wissen. Wenn du sicher bist, auf jeden Fall, du findest das Grapple-Gun von dir. Genau. Das könnte schwer sein, als du denkst. Sie hat nicht eure Liebe für Organisation. Ja. Ich will dich zurück nach Hause, Bruce. Hm. Wir haben starken Magneten an diesen Dingen. Sehr lichtbar, aber. Kannst du so etwas machen? Was? Wie hat die Dinge eigentlich gebaut? Was? Was? Sie hat auch Menschen gemacht? Was? 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 Du bist okay. Was? Was? Wir wollen uns mal einen Bagel. Ich hab mir meine Krappling-Gang nicht geholt. Bleib versteckt. Ich hab hier übernachtet. Was ist passiert? Ich hab hier die Nacht. Das ist es. Ich kann das nicht glauben. Ich habe mich nicht. Ich dachte, ich würde hier kommen und... Das ist so dumm. Ich sollte es wissen, dass du das mit mir machen würdest. Du bist nur mit mir benutzt, nicht wahr? Du beide? Ich will nicht mehr über dich. Ich habe meine Lichter. Harvey, ich bin sorry. Für was? Wir haben nichts für mich. Ich will nicht auf ihn und nicht auf dich. Er... Er wird nicht möglich, um dich zu retten. Und ich will nicht. Ich will ihn nicht. Ich will ihn nicht. Hör einfach raus, Harvey. Was passiert, als die Kinder von Arkham kommen? Du glaubst, dass du in der Kroppl-Gang? Sie kommen für alle von uns. Er kann nicht aufhören. Er kann nicht aufhören. Und du auch nicht. Ich kann nicht aufhören, was mein Vater getan hat. Aber ich will sie nicht mit mir. Sie wird gut. Ah, lustig. Ich denke, dass du eine Wahl hast. Ich denke, dass du die Menschen mit dir kannst. Ich denke, dass du es tun kannst. Ich denke, dass du es tun kannst. Ich bin sorry. Was ist mit dir passiert? Bis zum nächsten Mal, Harvey ist schwer. Er hat Angst. Er hat Angst. Er hat Angst. Er hat sich immer auf alle anderen zu retten. Wie ein Kind. Stopp! Jetzt du siehst. Es sind deine Freunde. Sie werden dir nicht helfen. Harvey. Okay, jetzt hast du zwei Sekunden. Oder was? Harvey wird nicht mehr geholfen. Nein. Er wird sie bezahlen. Jeder, der glaubt, dass sie ihn verletzt hat, geht weg mit ihm. Es beginnt mit dir. Both von dir! Du wirst das aufhören. Ich bin. Das ist nicht du. Nur aufhören. Hör auf! Jesus, Harvey. Natürlich. Ich muss ehrlich sein. Ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören. Sie mitteln. Bin es nicht. Schöne wie oder andere. Wie… Zitzen wir ihn. Das ist nicht lustig. Nein. Nein, wirklich nicht. Doch. Ich kann ihn wirklich machen.